Wir enden zum Ende der Saison keine 3-3-FCO, die im Februar 2013 begann. Jan hat eine interessante Finanz vorzuweisen. In 73 Funkeleinsätzen platziert er 60 Tore in zwei Ligen, in der Sachsenliga, in der Oberliga und in der Regionalliga. Zweimal wurde er Torschützenkönig der Oberliga, zwar 2013-15 und 2014-15 und schlug damit manche endlich zum Regionalliga-Aufstieg. Und zwar frei, dazukommen nach 3-3-FCO im Faxenpokal in 3-3-Gieren. Danke lieber Jan, Rekui, alles Gute für die Zukunft. Rekui! Keine Bauer! Rekui! 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 Jetzt geht's! Kommt! 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 Ja, Bruder! Tui, Tui! Tui, Tui! 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 Stimmengewirr! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Wir gehen rein! Nach raus, nach raus! Weg, weg! Komm, meine! Wir schreien hier! Die siehst du! Wir Points sehr gleich! Komm, Tori! Komm, Tori! Komm, Tori! 4.30 Stuttgart, der FN 2.0, der Dampfschütze für der Nr. 27.0, Jeldi Rüben. Drei Kurs, Drei Kurs, Drei Kurs, Drei Kurs! Warte, Warte, Warte! Reis, Bein! Nichts, nicht. Ja und da hat er seinen Goal im letzten Heimspiel Und für Nummer 9, Jan! Ja und da hat er seinen Weg! Oh nein! Das war der Ausstrahlung für den Absteiger, Abstauertor und der Quider mit der Römer 6.30 Uhr. Aber ist noch nicht Schluss? Das war der Ausstrahlung für die Römer 6.30 Uhr. Das war der Ausstrahlung für die Römer 6.30 Uhr. Das war der Ausstrahlung für die Römer 6.30 Uhr. Das war der Ausstrahlung für die Römer 6.30 Uhr. Applaus WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR